herzlich willkommen bei reddok gamble ich bin mal wieder free fire max und ich würde sagen ich wollte kapitel petroyal rink jetzt spielen aber noch viel hat das nicht geklappt da sprich ist mit ihnen hier charavi petroyal viel spaß und danach css und die erste hunde geht los petroyal rink geht mit charavi ok ich bin der sprung meister dann machen wir es mal kurz und knackig zack 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 dann sind auch zwei weitere rausgesprungen noch mal zwei weitere erst mal die kleine halle hier einnehmen hier ist kein gewehrbrille ok ist wenigstens ein sniper aber ich hätte gerne auch ein anderes gewehr für nahkampf jetzt habe ich zwei snipers da super und da ich jetzt nicht im spiel würde ich sagen ah ich wechsle auch meine waffen wenn ich alleine gespielt hatte hätte ich das mal wieder nicht gemacht mit waffen wechseln barillen aber alleine doch jetzt haben wir hier den truck ich hoffe ich habe meine maus bisschen langsam unterwegs sind wir hier jetzt gibt es jetzt schützt ab ja ab 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 augen auf gute gute arbeit gute arbeit gute arbeit noch truppel keller gegner gesichtet Warum tut es dir leid? Ist doch alles gut. Gute Arbeit. Thanks. Okay. Warte geht's. Aber da ist ein Rucksack gleich. Entschuldigung, erst den Rucksack. Mensch, ich brauche doch immer einen Rucksack. Da hoch gehen. Dann habe ich meinen Rucksack. Dann komme ich vorbei. Okay, ich habe meinen Rucksack. Jetzt habe ich alles. Ich hätte noch ein bisschen einen Helm gebrauchen können. Aber der kommt ja gleich noch. Hat der vielleicht einen besseren Helm? Schade. Schade, schade, schade. Wo unter mir? Gute Arbeit. Schade. 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 Machen wir auch. Bin ich schneller bei Ihnen. Oh. Ach ne. Ne Hitlist. Ich hoffe das ist KI und kein Spieler. naja komm lauf auch schneller ich glaubt hängt fest das stimmt das ist ein spieler der wartet der lauert der ist doch schon halbtot mit den halbtoten hab ich auch noch nie gehabt aber da hat er schon so schnell down geschossen kann ich auch sein ich hab's nicht so richtig mitgekriegt gegner gesichtet gegner gesichtet also da ist eine KI auf jeden Fall schon wieder eine Hitlist da kriegt man keine Hustbe entspannen aber alles gut wir sind ja auch zu zweit ich hab fast vergessen zu sammeln ok zacki zacki so 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 gegner gesichtet Da geht's! Da geht's! Oh, da geht's! Hmm... Gegner gesichtet! Hmm... Er war mal wieder zu schnell? Was soll's? Oh, hier war ein Spieler! Folgt mir! Hier läuft... Gegner gesichtet! ...ein Spieler herum, okay. Jetzt ist es ein bisschen länger. Ich glaub, er hat den Spieler geschnitten. Was soll's? Folgt mir! Ja! Okay, mach ich auch mal. Falscher Kamera... Ey, das war's! Das war's! Jo, dankeschön! Für die schöne Runde! Dann würde ich mal sagen, geht's weiter mit dem CS-Mode. Viel Spaß! Wie viele Punkte noch? Uh, 59. Yeah! Okay, let's go! Okay, die nächste Runde CS. Oh! So schnell! Alles, was ich brauch! Oh! Wo ist denn Scharri denn? Scharavi! Ach, der ist auch! Das war's! Okay! Okay! Immer... ...war das beste Spiel von uns. Kein Problem. Ich brauch auf... Ich brauche losgloveigen. Ich brauche losgloveigen. Okay... 1st Blood Nice, das war Shavi bestimmt jetzt, ja, Shavi, sorry, ähm, ich würde sagen, ich nehme einmal das hier ist umsonst, ich nehme ein, äh, ne, hier brauche ich keine Mark, hier brauche ich Scharfschuss, habe ich nicht, dann nehme ich die Maxi, und zwei schnelle, oh, meine Usi ist weg, na, egal, 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 folgt mir Ok, jetzt habe ich alles Oh, jetzt fahre ich mal der Beste, bestimmt nur durch Zufall, ähm, ich nehme die Spritze, ich nehme auf jeden Fall zweimal zum Repportieren, ja, ist das schön, das brauchst du auch was, Okay, das war's, kein Geld mehr, sorry, schon wieder so eine Runde, wo ich Scharfschützengewehr braucht, ab jetzt so eine Schnauze, ach, wenn ich so eine Schnauze ... ... ... ... ... ... Ich habe nur einmal einen bewegt und einfach geschossen. Ein schnelles Ding! Gut, dann würde ich mal sagen, das war es auch schon wieder für heute. Ich schaue uns mal schnell die Bewertung an. Alter, ich war so schlecht gewesen. Meine Güte, ich hätte gedacht, ich wäre besser. Dadurch, dass ich einmal der beste Spieler war? Egal was soll's. Ich sage einmal, danke schön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.